Diese Kugel ist nicht mehr zu übersehen. Viktoria von Schweden präsentiert bei der Taufe ihres Neffen Nikolas ihren Vier-Monats-Bauch und die ganze Welt guckt hin. In einem lilafarbenen Kleid mit drei Viertelärmeln und farblich passendem Hut betritt sie an der Seite ihres Mannes Daniel und ihrer Tochter Estelle die königliche Kapelle auf Schloss Drottningholm. Das Strahlen der bald Zweifachmama überstrahlt alles, als sie neben Chris Mutter Eva O'Neill in der ersten Reihe Platz nimmt. Und auch später, als sich die Kronprinzessin dem Volk präsentiert, können alle sehen, diese Mama freut sich so sehr auf ihr zweites Kind und ist so unglaublich stolz auf ihre Familie.